Hey, Crockett! Hey! Was zum Teufel hast du vor? Mendes Finten, es ist zu heiß für mich. Was bitte soll ich machen? Mich an einen gottverdammten Strand setzen, während sein Leben an einem Faden hängt? Immerhin war die Kugel für mich bestimmt, die ihn erwischt hat. Ja, Mann! Hey, hör zu, hör zu! Hey, Mann! Wenn du da rausgehst, dann ist dein Platz gleich hier neben Rodriguez. Du hörst mir nicht mal zu, Mann! Du kannst da nicht rausgehen, verstehst du? Hey, Crockett! Was zum Teufel hast du vor? Mendes Finten, das ist zu heiß für dich. Was soll ich denn machen? Mich an einen gottverdammten Strand setzen, während sein Leben auf der Kippe steht? Immerhin war die Kugel für mich bestimmt, die ihn erwischt hat. Ja, Mann! Hör zu, hör zu! Hey, warte doch! Wenn du da rausgehst, dann ist dein Platz gleich hier neben Rodriguez. Du hörst mir ja nicht mal zu, Mann! Du kannst da nicht raus, das wäre Selbstmord! Hey, Crockett! Hey, wo willst du hin, Mann? Ich suche Mendes. Ist für dich zu gefährlich. Was soll ich denn tun? An irgendeinem Strand rumhängen, während Rodriguez ums Überleben kämpft? Die Kugel, die er abgekriegt hat, war für mich bestimmt. Ja, Mann, hey, hör zu! Wenn du, hey, Mann, wenn du jetzt da rausgehst, kannst du dir gleich ein Bett neben Rodriguez bestellen. Kapierst du das denn nicht, Mann? Du kannst da nicht raus, verstehst du? Du kannst da nicht raus, wenn du nicht rausgehst! Vielen Dank.